dass er wieder richtig runter kommt da steht er ist total entspannt und eigentlich ist so graben springen das macht das wasser bewegt sich das ist für die meisten pferde das schlimmste was es gibt das ist der größe und er ist total ruhig und entspannt und diese methode wird in irland eigentlich immer angewandt er war so ängstlich und jetzt hat er so viel vertrauen